Der Mount Enverest ist ein Berg im Himalaya und mit einer Höhe von 8.848 Meter der höchste Berg der Erde. Er gehört zu den 14 Achttausendern und zu den Seven Summits. Der Mount Enverest ist seit 1856 nach dem britischen Landvermesser George Everest benannt. Auf Nepali heißt der Berg Sakhamethe auf Tibetisch Kemalengme. Der Mount Enverest befindet sich im Mahalangu-Himal in der Region Kumbu in Nepal an der Grenze zu China, der westliche und südöstliche seiner drei Gipfelgrade bilden die Grenze. Auf nepalesischer Seite ist er Teil des Sakhamethe-Nationalparks, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Auf der Nordseite gehört er zum Kemalengme-National-Nature-Reserve, das mit dem von der UNESCO ausgewiesenen Kemalengme-Biosphärenreservat korrespondiert. Edmund Hillary und Tenzing Norgay gelangen am 29. Mai 1953 die Erstbesteigung des dritten Pols. Am 8. Mai 1978 bestiegen Reinhold Messner und Peter Habeler den Gipfel erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff. Namen des Mount Enverest. Auf Nepali wird der Berg Sakhamethe und auf Tibetisch Yomoklungsma genannt. Der chinesische Name zu Molang-Me-Feng ist eine phonetische Wiedergabe des Tibetischen. Die heute in Europa übliche Transkription ist das englische Chomolungme. Das in deutschsprachigen, vor allem älteren, Texten verwendete Chomolungme wird zugunsten von Chomolungme aus neueren deutschsprachigen Quellen verdrängt. Sir George Enverest war lange Jahre Leiter der großen trigonometrischen Vermessung Indiens und Surveyor-General auf India. Unter seinem Nachfolger Andrew Scott-Wau wurde der zunächst als Peak B bezeichnete Gipfel 1848 erstmals von Indien aus vermessen, da Nepal den Zugang zu seinem Territorium verweigerte. Nach weiteren Vermessungsarbeiten über Entfernungen bis zu 200 Kilometer folgten umfangreiche, komplexe Berechnungen durch Rathana zieht da in den Computing Offices in der Art und der 1852 zu dem Ergebnis kam, dass der inzwischen als Peak 15 bezeichnete Gipfel mit 29.002 Fuß höher ist als alle anderen bisher bekannten Berge. Um letzte Zweifel an der Genauigkeit der Vermessungen wegen der großen Entfernungen auszuräumen, gab Andrew Wau dieses Ergebnis erst 1856 in einem Schreiben an die Royal Geographical Society bekannt. Dabei benannte er den Berg zu Ehren seines Vorgängers als Mount Everest. Die heutzutage gebräuchliche Aussprache von Mount Everest lautet, Sir George sprach seinen eigenen Nachnamen allerdings aus. Vor allem im deutschen Sprachraum war der Berg lange als Gauri Sanka bekannt. Dies beruhte auf einem Missverständnis des deutschen Himalaya-Pioniers Hermann von Schlackendweit. Dieser hatte 1855 versucht, den eben erst als höchsten Berg der Erde errechneten, aber unbekannten Peak 15 zu erkunden. Aus der Nähe von Kathmandu betrachtete er die Westseite des Gebirges und sah einen Berg, der in Richtung des Invarist lag und alle anderen Berge überragte. Dieser Berg war den Nepali als Gauri Sanka bekannt, Schlag in Fweit hielt ihn jedoch für den mysteriösen Peak 15. Auf diesem Irrtum beruhend und aus Ablehnung des englischen Namen Mount Everest zugunsten des schönen alten Namen Gauri Sanka wurde in Deutschland diese Bezeichnung für den höchsten Berg der Welt in die Atlanten aufgenommen und in Schulen gelehrt. 1903 wurde festgestellt, dass es sich beim Gauri Sanka um einen anderen, nämlich den 7145 Meter hohen Peak XX handelt. Seine Entfernung zum Everest beträgt 58 Kilometer mythologische Bedeutung. Wie im Grunde alle markanten Gipfel der Kumbu-Region ist auch der Mount Everest für die Sherpas ein heiliger Berg. Der Buddhismus ist bei diesem Volk mit ursprünglicheren Religionen, insbesondere Animismus und Böen, gepaart. Nach der Auffassung der Sherpas bewohnen Geister und Dämonen Quellen, Bäume und eben auch die Gipfel. Der Mount Everest ist nach Ansicht der Buddhisten der Sitz von Jomomi Yolang Sankma, einer der fünf Schwestern des langen Lebens. Die auf den fünf höchsten Gipfeln des Himalaya wohnen Jomomi Yolang Sankma gibt den Menschen Nahrungsmittel. Der große heilige Padma Sampa war, der den Buddhismus von Indien nach Tibet brachte, veranstaltete der Sage nach einem Wettlauf zum Gipfel des Mount Everest. Nachdem Padma Sampa war einige Zeit auf dem Gipfel meditiert und mit den Dämonen gekämpft hatte, wurde er von einem Lama der Böen-Religion herausgefordert, es ging um die Frage, wer von beiden Mächtiger sei. Der Lama der Böen-Religion machte sich noch in der Nacht auf den Weg, getragen von seiner magischen Trommel, Padma Sampa war erst bei Tagesanbruch. Er gewann trotzdem den Wettlauf, weil er, auf einem Stuhl sitzend, von einem Lichtstrahl direkt zum Gipfel gebracht wurde. Nachdem Padma Sampa war einige Zeit oben gewartet hatte, ließ er seinen Stuhl zurück und begann mit dem Abstieg. Der Böen-Lama gab sich geschlagen und ließ seine Trommel zurück. Bis heute sagt man, dass die Geister die Trommel schlagen, wenn eine Lawine zu Tale donnert. Aufgrund dieser Bedeutung wird vor einer Besteigung von den Sherpas eine Opferzeremonie durchgeführt, die sogenannte Puja-Zeremonie. Die Sherpas sind davon überzeugt, dass eine Puja zwingend notwendig ist, um Unheil abzuwenden. Dieses Opferfest ist für ihren Seelenfrieden unabdingbar und im Allgemeinen nehmen auch alle westlichen Expeditions-Teilnehmer daran teil, da sonst, nach dem Glauben der Sherpas die Berggötter zornig würden und zwar nicht nur gegenüber den Ausländern, sondern besonders auch gegenüber den Sherpas, die solches zugelassen hätten. Religiöse Symbole wie Manisteine und ein Stupa mit Gebetswarnen, die mit Mantras bedruckt sind, finden sich am Fuß des Mount Everest. Auf dem Weg zum Everest-Basislager am Tokla-Pass zwischen Dingbosch und Lobuche wurde eine Gedenkstätte für die Opfer des Everest angelegt. Den Toten ist mit einem sogenannten Steinmann, einem Stapel aufgetürmter Steine oder einer Steele die letzte Ehre erwiesen. Geologie Der Mount Everest ist, wie der gesamte Himalaya, während der alpidischen Gebirgsbildung entstanden. Die Konvergenz der indischen Platte und der eurasischen Platte führte zur Schließung der Thais mit Beginn vor etwa 50 Millionen Jahren im Eocen und In Folge zur Kollision der Kontinente Indien und Asien Die wesentlich kleinere indische Platte schiebt sich nach wie vor mit einer Rate von etwa 3 cm unter Eurasien. Der Mount Everest wächst in Folge der mit der Kollision verbundenen Verdickung der kontinentalen Kruste noch immer. Allerdings nur wenige Millimeter im Jahr. Die fortdauernde Hebung wird dabei durch isostatische Ausgleichsbewegungen verursacht. Die aus dem Dichte Unterschied der gestapelten Kruste im Bereich des Gebirges und der Asthenosphäre folgt. Der Krustenblock erhält dabei einen Auftrieb wie ein Korken im Wasser. Durch den hohen Umschließungsdruck und die hohen Temperaturen bei der Versenkung in den oberen Erdmantel wurden die ursprünglichen Krustengesteine Metamorph umgewandelt. Im Everest-Massiv besteht die unterste Einheit der Gipfelpyramide hauptsächlich aus Metamorphengesteinen, vor allem dunklen. Biotit-reichen Gneisen Die Grenze zu den darüber liegenden Graniten ist durch pegmatitische Gänge relativ deutlich markiert. Der sogenannte Nupze-Granit ist ein heller Granit, der neben Quarz und Feldspart hauptsächlich Muscovit, Biotit und Tourmalin enthält. Er verwittert typischerweise zu großen Blöcken. Auf über 7500 Meter Höhe liegen Metamorph-überprägte Sedimentgesteine. Diese fossilreichen mikretischen Kalksteine bis Donesteine enthalten Trilobiten, Ostracoden sowie Selilien und Haarsterne. Sie haben eine helle gelbliche Farbe und werden als gelbes Bend bezeichnet. Sie wurden bei der Gebirgsbildung auf den kristallinen Sockel aus Gneisen und Graniten überschoben und fallen nach Südwesten ein. Daher sind die Gesteine an der Südwestseite des Inverist niedriger anzutreffen als an der Nordseite. Die oberste Gipfelpyramide des Inverist besteht aus grauem Kalkstein mit Einlagerungen von Sand und Schutt, der nur in geringem Maße der Metamorphose unterlag. Durch das Erdbeben vom 25. April 2015 wurde der Mount Inverist nach übereinstimmenden Messungen der chinesischen Nationaladministration of Surveying, Mapping and Geoinformation und US-amerikanische Geologen um drei Zentimeter in südwestlicher Richtung verschoben. Das Beben vom 12. Mai 2015 hatte keine Auswirkungen auf die Lage des Berges. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Berg sich innerhalb von zehn Jahren zuvor mit einer Geschwindigkeit von vier Zentimetern um insgesamt nach Nordosten verschoben sowie um null, drei Zentimeter angehoben hat. Topografie Die Gipfelpyramide ist durch Erosion und gewaltige Gletscher modelliert. Die drei Hauptkämme, Westgrat, Nord-, Nordostgrat und Südostgrat untergliedern den Gipfel in drei Hauptwände, Südwestwand, Nordwand und Ostwand. Außerdem trennen die Grate die drei sich vom Mount Inverist und seinen Nachbargipfeln ergießenden Gletscher. Kumbu-Gletscher, Rongpu-Gletscher und Kangsung-Gletscher Südostgrat und Westgrat sowie deren Fortsetzungen bilden die weitere Grenze zwischen Tibet und Nepal. Der Südostgrat verbindet den Mount Inverist mit dem 8516 Meter hohen Lotse. Der niedrigste Punkt dieses Grats ist der 7906 Meter hohe Südsattel. Im weiteren Verlauf setzt sich der Grat vom Lotse in Richtung Lotse-Schar und Peak 38 fort. Der Westgrat läuft zunächst in einen Nebengipfel, die sogenannte Westschulter, aus, welche zum LHO La Paz abfällt und sich dann in die Bergkette aus Kumbu-Tche, Lingtren und Pumuri fortsetzt. Der auf tibetischer Seite befindliche Nordostgrat zählt vom Gipfel über drei Felsstufen und drei Felsnadeln bis zum östlichen Rongpu-Gletscher hinunter. Von ihm zweigt unterhalb der Stufen und oberhalb der Nadeln der Nordgrat auf einer Höhe von 8420 Meter ab und verbindet den Mount Inverist über den niedrigsten Punkt am Nordsattel mit dem 7543 Meter hohen Schengzeh. Vom Lotse zieht auf nepalesischer Seite in westliche Richtung der lange Bergkamm des Nupse, der vom Mount Inverist durch das Tal des Schweigens und den Kumbu-Gletscher getrennt wird. Die Wände des Inverist sind unterschiedlich gegliedert. Die Südwestwand zum Tal des Schweigens weist zwei markante Pfeiler aus. Sie ist im Ganzen steil. Die Nordwand ist im Wesentlichen gegliedert durch zwei hochgelegene Kuluars, das Norden-Kuluar und das Hörnbein-Kuluar. Die Neigung der Nordwand variiert um 40 bis 45 Grad. Die stark vergletscherte Ostwand oder Kangsung-Wand hat drei Hauptpfeiler. Sie ist im unteren Teil sehr steil und im oberen, schwächer geneigten Teil von Hängegletschern markiert. Klima Die klimatischen Bedingungen am Mount Inverist sind extrem. Im Januar, dem kältesten Monat, beträgt die Durchschnittstemperatur auf dem Gipfel minus 36 Grad Celsius und kann auf Werte bis zu minus 60 Grad Celsius fallen. Auch im wärmsten Monat, dem Juli, steigen die Temperaturen nicht über die Frostgrenze. Die Durchschnittstemperatur auf dem Gipfel beträgt dann minus 19 Grad Celsius. Im Winter und Frühling herrschen Winde aus westlichen Richtungen vor. Die feuchtigkeitsbeladene Luft kondensiert zu einer weißen, nach Osten zeigenden Wolke. Wegen dieser Wolkenfahnen hielt man den Himalaya ursprünglich für eine Vulkankette. Anhand der Wolkenfahne des Mount Inverist schätzen Bergsteiger auch die Windgeschwindigkeit auf dem Gipfel ab. Bei etwa 80 Kilometer pro Stunde steht sie rechtwinklig zum Gipfel, bei höheren neigt sie sich nach unten und bei niedrigeren nach oben. Im Winter prallt der südwestliche Jetstream auf den Gipfel und kann Windgeschwindigkeiten von bis zu 285 Kilometer pro Stunde verursachen. Von Juni bis September gelangt der Berg unter den Einfluss des indischen Monsoons. In dieser Zeit fallen die meisten Niederschläge und heftige Schneestürme prägen das Wetter. Wie in allen Hochgebirgsregionen kann es zu Rauschenwetter umschwimmen kommen. Dies gilt auch für die beiden Besteigungssaisonen im Mai und Oktober. Plötzlich einsetzende Temperaturstürze, Stürme und Schneefälle von bis zu drei Meter sind nicht außergewöhnlich. Zumeist gibt es in der jeweiligen Saison nur wenige Tage mit stabilem Wetter, die sogenannten Fenstertage, an denen eine Besteigung am ehesten möglich ist, Fauna und Flora. Der Luftdruck auf dem Gipfel des Mount Enveris beträgt gemäß der barometrischen Höhenformel 325. 4 Hektopascal und entspricht knapp einem Drittel des Normaldrucks auf Meeresspiegelniveau. Hierdurch verschiebt sich der Siedepunkt des Wassers von 100 Grad Celsius bei Normalbedingungen auf nur 70 Grad Celsius. Und der Sauerstoffpartialdruck der Luft beträgt nur noch ein Drittel im Vergleich zur Meereshöhle. Hinzu kommen extreme Temperaturschwankungen und starke Winde. An diese äußerst lebensfeindliche Umwelt konnten sich nur wenige Tiere anpassen. Blütenpflanzen sind im Bereich des ewigen Eises nicht mehr zu finden. Euphrysomnisupastes, ein kleiner Vertreter der Springspinnen, wurde bereits 1924 von R.W.G. Hingston bis zu einer Höhe von 6700 Meter beobachtet. Seine Nahrungsgrundlage blieb lange ein Rätsel. Erst 1954 entdeckte man, dass sie sich von Fliegen und Springschwänzen ernähren, die bis zu einer Höhe von 6000 Meter anzutreffen sind. Letztere leben von Pilzen und Flechten, die herangewehtes organisches Material abbauen. Bei der 1924 durchgeführten Niverist-Expedition wurden Flechten zwischen 4600 und 5500 Meter gesammelt. Darauf basierend konnte er. Polzen 1925 etwa 30 Arten nachweisen. Von den Wirbeltieren sind nur einige Vögel in der Lage, sich der extremen Höhe dauerhaft anzupassen. Die Streifenganz hält sich bis in Höhen von 5600 Meter auf. Alpenkrien wurden selbst am 7920 Meter hohen Südsattel beobachtet, wo sie sich von Abfällen, aber auch von tödlich verunglückten Bergsteigern ernähren. Der Leichnam von George Mallory, den man auf ca. 8160 Meter fand, wurde vermutlich ebenfalls von Vögeln angefressen. Höhenangaben und Messungen Die Höhe des Mount Enverist wurde in vielen Messungen bestimmt. Dabei ergaben sich Höhenangaben zwischen 8844 und 8850 Meter. Aufgrund der Höhe und der Eisschicht auf dem Gipfel gestaltet sich die Messung schwierig. Die Eisschicht auf dem Gipfel wird nicht in die Höhe mit eingerechnet, da sie starken Schwankungen unterliegt. Die exakte Höhe muss sich folglich auf die Höhe des Feldsockels darunter beziehen. Bei den ersten Messungen war dies noch nicht möglich. Ein weiteres Problem ist die Bezugsgröße Meeresspiegel. Chinesische Messungen gehen vom definierten Nullpunkt eines Pegels in Kuingdao, nepalesische Messungen vom Nullpunkt eines Pegels in Karachi aus. Die Distanz beider Orte beträgt mehr als 6000 Kilometer und allein aus diesem unterschiedlichen Bezugssystem ergeben sich deutliche Differenzen. Darüber hinaus basieren GPS-Höhenangaben auf einem vereinfachten Modell der Erde. Dem Referenzellipsoid des World Geodetik-Systems 1984. Bei solchen Messungen muss also noch die Differenz zwischen Geoid und Referenzellipsoid berücksichtigt werden, wie beispielsweise bei der Messung im Mai 2004 geschehen. Die Angabe für die Gipfelhöhe des Mount Everest ist seit der ersten Messung im Jahre 1848 mehrfach korrigiert worden. 1856 wurde aus Angaben von sechs verschiedenen Vermessungsstationen 8840 Meter errechnet. Die Stationen befanden sich allerdings über 150 Kilometer vom Everest-Massiv entfernt, da die Vermesser des britischen Indian Survey nicht nach Nepal einreisen durften. Bis dahin sah man den Daulagiri, den ersten entdeckten Achttausender, und ab 1838 den Kankchen Zön A als höchsten Berg an. Die lange Zeit geltende Höhenangabe von 8848 Meter war 1954 vom Survey of India aus den Messdaten von insgesamt zwölf Vermessungsstationen als Mittelwert errechnet worden. Diese Angabe wurde von einer chinesischen Expedition im Jahre 1975 bestätigt, sie stellte 8848,13 Meter fest. Auch eine im September 1992 als erste mit modernen Mitteln angestellte Höhenvermessung eines chinesisch-italienischen Expeditionsteams direkt am Berg ergab mit 8848,82 Meter nahezu den gleichen Wert. Die dabei verwendeten Daten stammten sowohl aus Messungen mit herkömmlichen Theodoliten als auch aus Lasermessungen und GPS-Signalen. Sehr genaue Messungen mithilfe mehrerer GPS-Empfänger am 5. Mai 1999 ergaben eine Höhe von 8850 Meter. Jene Angabe basiert auf der Höhe des Feldsockels. Die Stärke der Schicht aus Eis und Schnee am Gipfel schwankt je nach Jahreszeit und Niederschlagsmengen der Monsoonzeit etwa im Bereich zwischen einem und drei Metern. Bei einer Messung im Mai 2004 wurden acht Radarreflektoren am Gipfel verankert und so die Höhe des Feldsockels bestimmt. Im Anschluss wurde die jeweilige Höhe der Radarprofile ermittelt. Von dieser Höhe wurde dann die Dicke der Eisschicht abgezogen. Der Everest hatte nach dieser Messung eine Höhe von 8848,82 Meter mit einer Ungenauigkeit von plus oder minus 0,23 Meter. Damit konnte die Höhe aus dem Jahr 1992 bestätigt werden. Die neueste Messung stammt aus dem Mai 2005 durchgeführt wiederum von einer chinesischen Expedition. Sie ergab für den Berg eine Höhe von 8844,43 Meter bei einer Ungenauigkeit von plus oder minus 0,21 Meter. Er ist damit etwa 3,7 Meter niedriger als seit der chinesischen Messung von 1975 angenommen. Allerdings bezieht sich die aktuelle Angabe, wie auch schon die von 1999 und 2004, nur auf den reinen Feldsockel. Diese letzte Untersuchung wurde von Chinas Nordseite und nicht vom nepalesischen Süden aus unternommen und dauerte ein Jahr. Eingesetzt wurden Radardetektoren sowie Lasermessgeräte und Satellitenortungssysteme. Während der Mount Everest die höchste Erhebung über dem Meeresspiegel ist, existieren noch zwei weitere Berge. Die den Titel Höchster Berg der Erde verdienen. Vom Fuß des Berges ausgemessen ist dies der Vulkan Mauna Kea auf Hawaii vom Erdmittelpunkt ausgerechnet der Chimborazo in Ecuador. Wir sehen uns auch bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.